Hallo, mein Name ist Michael und wir sind hier im MetaLab, einem Hackspace im Zentrum von Wien. Hier kommen allerhand Menschen, die sich in ihrer Freizeit oder auch beruflich mit Technik und Kunst beschäftigen, die hier Elektronik bauen oder Menschen, die hier programmieren und arbeiten gemeinsam an verschiedensten Projekten. Ich bin der Willi, OE1-WKL. Ich bin ein Teil der Funker-Community im MetaLab. Man kann mit diesem Gerät morsen lernen und zwar sowohl als Anfänger, der einmal beginnt mit dem ersten Buchstaben A, B, C und so weiter, aber auch der, der schon morsen kann, kann seine Fertigkeiten verbessern. Unter den Funkern gibt es sehr viele, die das machen, weil es eine gewisse Skill ist, den man lernen muss und wenn man den aber dann kann, dann macht es sehr viel Spaß. Von diesem Pausat sind bisher 2.000 Stück in die ganze Welt gegangen. Ich bin der Matthias. Das ist meine 3D gedruckte, 3D-Drahtbiegemaschine. Die Maschine besteht eben aus drei Teilen. Da gibt es zum einen den Drahtglätzer, da wird der Draht durchgezogen, damit er dann schön gerade ist zum Biegen. Und dann gibt es natürlich den Biegeapparat und das ist auch die alte Version. Wenn man das auf einer normalen CNC-Fräse gemacht hätte, dann wäre das um einiges komplizierter gewesen und man hätte auch viel mehr technisches Wissen mitbringen müssen. Hier vor Ort ist Equipment, Werkzeug, Maschinen und Wissen in Form von anderen Mitgliedern, die dieses gerne anbieten. Mitmachen können hier alle, es werden keine Voraussetzungen benötigt. Einzig kreativer Geist und Interesse Neues zu lernen.